ja was geht ab ich bin täglich live auf twitch freunde der kobe mit am follow da lassen würde folgt mir doch auf twitch und freunde heute also gleich nach diesem video um 18 uhr bin ich wieder live auf twitch leute kommt vorbei erster link unten der video beschreibung und ich würde sagen viel spaß beim video was geht ab und willkommen bei meinem video ja freunde wir sind gerade auf dem weg nach nach wuppertal freunde jetzt nimmst du es auf ich habe keinen scheiß jetzt nimmst du es auf guck mal was für ein räudiger ich habe gerade hier zwei minuten gerät der sagt mir jetzt erst dass ich aufnehme was ein ekelhafter typ egal es ist ein kanal hier bin ich extra nicht witzig extra unsympathisch sein damit gar nicht in diesem video geklickt wird zeige jetzt noch mal deine spülehülle noch mal zeigen oder so akku reintritt akku tut man noch ganz mal eine kamera rein ob das angeht was damit abnimmt kennt ihr das noch nicht früher bei gameboy-kassetten damit kein staubrein kommt ob du das da reingetan auch das ihre hier nimm deine karte wieder diese gerade ein paar sachen sie werden raus geschnitten damit der ein oder andere keine probleme zu hause bekommt ich nehme einmal die kamera von er hat scheint ja für seinen kanal macht eine szene das erste was kommt von ihm und ich schätze sowieso raus ich mache den kanäle kaputt aber ich mache das nicht extra es passiert einfach ich bin unglück wie bei herr arnold dieser eugen war ich bin genau so einer ich packe das an subhanallah die müssen alles schneiden warum wird das rausschneiden wo macht doch rein warum lachst du so lachst du so lachst du so lachst du viel geld jetzt wenn ich hier so redet oder geht macht sie dir mein gesicht machen direkt diese gelbe logo oder guck mal leute wir machen das so wir strecken das video irgendwie auf zehn minuten kriegen wir schon irgendwie hin machen viermal werbung rein bruder und ich schwester nach einer woche zeigte wie viel das video gebracht ich weiß es nicht viel bringen bruder 50 50 50 75 oder 15 ja genau das ist mit einem juden du auch lachen und ich bin mehr bruder denkst du mcdonalds reich das gerade aus da habe ich gerade einfach mal mcdonalds hat er ausgegeben weil es nicht halal war wisst ihr vielleicht bei halal laden essen aber nein bruder war mir ganz besser weil er dachte er muss bezahlen darum will ich die regnungen ich kenne die marokkanischen klicks ich habe ich habe es nicht richtig klicks machen bruder wenn wir jetzt zusammen mit pablo besuchen gehen wir legen den hin ich mache dem so bismillah er macht so kreuz und kerzen dahin und dann mache ich so ein ritual wir liegen auf so ein bett und so wie sagt wir haben ein wunderheiler aus marokko ich werde kommen und die scheinen bruder die 50.000 gibst du mir nicht mehr korosik ich werde dich heilen in schaala la ilaha in allah ist auch wenn ich werbe freundlich dass man verkackt gar nicht schneiden michael pablo ich komme dich besuchen wollt ihr dass ich michael pablo besuchen komme schreibt in die kommentare hashtag dr wg gmg pablo besuchen ich bringe ein bisschen marokkanische kreuz mit sagen wir so und dann sehen wir uns wer ist michael pablo ich habe keinen scheiß ich will spucken aber es ist seine kamera ich will so gerne aber egal bis jetzt so alles cool pass auf wenn wir gleich auf dem rückweg nach hause sind ich sehe schon video lädt hoch und der versteckte kameras vertraut mir einfach nicht vertraut mir einfach nicht vertraut ich weiß auch nicht warum als ob ich so ein schlechter mensch bin auf jeden fall an so einem schönen ort gebracht ist um die abzuziehen oder zu vergewaltigen einfach nur so um dir ein bisschen die natur zu zeigen bruder was hast du vor mit uns leute gerade kurz gerannt ne fertig der weiß dass dieser typie asthma hat und der rennt einfach jetzt mal realtor macht traurige musik jetzt an und sehr effekt und so leute wirklich der arme junge erster link in der beschreibung sein instagram account zweiter link spende link für ein asthmaspray weil instagram ist wichtiger als sein asthma weil der überlegt nur wenn er likes bekommt deswegen spendet dem geld bruder ihr könnt auch gerne über meine gespenden gibt es gibt ich mache mein pappel rein ich mache mein pappel rein ich mache meinen pappel rein ich mache meinen pappel ganz erster link in der beschreibung instagram von dem zweiter link spende link für asthmaspray dritter link mein spende link wo leute erster link sein asthmaspray nein sein instagram zweiter link mein pappel für sein asthmaspray dritter link dein pappel bruder guck mal warum dritter link kommt euch keiner mehr drauf guck mal warum dritter link kommt euch keiner mehr drauf dritter link mein spende link ist ja ein placement dass du verarschen kannst aber auch einfach dritte link in der beschreibung und so hab ich ausversehen gemacht brauchst du gar nichts verarschen du bist ein typ bruder lass uns hier mit dir ich bin schlecht drauf boah leute voll die spacken alter endlich bin ich los boah nur am nerven sind die ehrlich so ein boah leute was ist das für ein weg ey so leute auf jeden fall wir sind gerade hier im wuppertal die jungs sitzen jetzt hier irgendwo auf dem stein geht mal zum stein Leute ey ich habe gerade diesen kurzen weg hier gerannt ich kann nicht mehr diese Shisha-Lunge ey die tut echt nicht gut ey oh fuck denn boah bei du wo du 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 warte er beobachtet uns scheiße ja mann der beobachtet uns scheiße muss das normal verhalten was das macht er da egal wo der schoss ruf lutsch mir ein ja oder was er guckt er guckt ja komm jetzt kommt ja man freunde in letzter zeit bin ich sehr oft live auf twitch würde mich freuen wir alle mal auf twitch vorbeischauen würde ich bin dort eigentlich fast täglich am stream immer 56 stunden leute zocker damit euch hat meine eigenen custom games in fordner von wenn ihr bock drauf habt ihr könnt alle rüberkommen auf twitch links unten der video beschreibung wir können alle zusammen zocken auf custom games macht wirklich mega viel spaß und ja leute wie gesagt ich bin halt in letzter zeit sehr oft auf twitch würde mich freuen wenn ihr da vorbeischauen würde und ja leute ich will jetzt hier ein bisschen die jungs kam es wieder labern er zieht sich schon aus der schlägerheit schlägerheit leute im kürzelt sich oft hey was macht ihr hier guck leute ich hab's euch doch gesagt was habe ich euch gerade gesagt darf ich auch eine stimme sprechen oder dann mach einfach so dann damit du die stimme da reinschneidest bruder weil er leidt so hoch er leidt so hoch wahre gesicht was hast du alles gesagt in der zähne ich komme gleich mein gesicht das ist aber muslimschen dürfen das nicht auch einmal ich bin gar nicht so nur wegen dem so geworden hier ist jetzt verkauft auf seinen kanal ich höre hätte ein bisschen geld noch kriegt bruder wollen wir haben die leute ich erworben ich komme dich besuchen ja und die tisch aber da ist scheiße bringt uns das kraut rüber 20 gramm habe ich gesagt verstehst du ich blase den arsch weg sehe ich noch einmal auf einer gottverdammten party du kleine schlampe werde ich dir die flasche in deinen arsch schieben verstanden deine kinder sind adoptiert okay 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 sag's nicht einmal hat einen größeren penis als ich alles klar okay verdammt okay okay erheb deine stimme nicht so ja verstehst du okay ich lege auf baby hat mich gerade erwischt und herritschein filmt das ganze es wird auf youtube hochgeladen ja klar ich sag dafür dass sie uns beide verlinken was der jungen aus sich gemacht hat marschallite ohne spaß oder ich werde wieder aus mit den tattoos und so aber bester man oder was hier drin ist in seinem herzen ist herz an dieser stelle ist herz hier oder so freunde wir sind jetzt hier im legendären zimmer ich zeige euch das gleich bruder traurige musik einmal hier werden die ganzen youtuber hops genommen hier werden die ganzen hier werden die ganzen